Der Wochenstart für viele nicht ganz so glücklich, was die Aktien, zumindest mal die Aktienindizes angeht, der DAX beispielsweise, wir sehen das hier im FDAX, also im DAX Future, aber der Index natürlich analog, das war schon nicht so besonders toll. Wir haben das Tief hier nochmal gesehen, was wir Ende Januar schon mal hatten, da sind wir nochmal hingelaufen, ungefähr, bitte nicht auf den Cent genau jetzt, 14.830, 35, 36, irgendwie sowas in der Richtung, waren wir hier an der Marke. Das ist auf jeden Fall schon mal ein deutliches Zeichen, nicht für die bullische Seite, aber das hatten wir schon angedeutet, dass wir einfach damit rechnen müssen, dass es da nochmal tiefer geht. Wundern soll es uns zumindest mal nicht, dafür sind die Chancen relativ realistisch, dass solche Szenarien dann nochmal wirksam werden. Ihr habt das Wochenendvideo wahrscheinlich entweder auf Finanzmarktwelt.de bzw. bei mir im YouTube-Channel schon gesehen. So, also, das ist mal so die aktuelle Situation und die ist nicht wirklich positiv, wenn man das sich so mal anguckt, ziemlich scharfe Abwärtsbewegungen. Das ist etwas, was deutlich und scharf nach unten gegangen ist. Aber, und jetzt kommt der versöhnliche Teil der Geschichte, nachdem es ja heute Morgen erstmal nicht so gut aussah, geht es im Moment ja nach oben. Und diese Bewegung nach oben hat ein bisschen den Eindruck oder vermittelt diesen Eindruck, dass das doch vielleicht jetzt vorläufig zumindest mal eine Aufwärtsbewegung ist, die noch ein bisschen anhält. Woran sehen wir das? An den Schüben hoch, an den wackeligen Bewegungen nach unten. Das ist etwas, was typischerweise erstmal vorläufig für eine Wende steht. Aber ich muss vorsichtig sein, Wende heißt in diesem Fall nicht, so, jetzt kommt die 20.000. Das kann man an so was bisschen hier sowieso nicht ablesen. Aber es ist zumindest eine realistische Chance, dass es vorläufig nochmal ein bisschen weiter nach oben geht. Also eher würde ich jetzt hier, wenn es so schwach hier nach unten geht, aber vorher recht stark nach oben davon ausgehen, dass die Aufwärtsrichtung sich nochmal fortsetzt. Das ist so das klassische Bild, was eben ja typischerweise vorherrscht. Wir wissen allerdings, dass die deutschen Märkte auch nichts anders machen als die Amerikaner. Und die Amerikaner sind, was das angeht, noch ziemlich harmlos unterwegs. Sie sind nämlich eher auf der Abwärtsseite. Was heißt harmlos? Klar, auf der Abwärtsseite unterwegs. Deshalb muss man sich ernsthaft überlegen, ob man beim DAX, oh Gott, oh Gott, beim DAX, das ist so das Mittelding zwischen Dow und DAX, aber dass man beim DAX nach oben geht, während der Dow Jones nach unten fällt, ist wohl weniger realistisch, wohl weniger zu erwarten. Wir haben aktuell also eher noch die Abwärtsseite hier. Wir sind sogar hier auf dem Born Bar eher auf der Trigger-Seite für die Short-Seite. Für diejenigen, die das ja hier über das Born4Trading schon mitbekommen haben, die wissen, dass ein Short-Signal hier das ansteht. Wenn der Kurs jetzt hier noch weiter fällt, wäre das zumindest mal der Fall. Aktuell, jetzt ist das allerdings kein besonders gutes Zeichen, dass der Kurs eben nicht wackelig runter geht, sondern relativ deutlich wieder nach unten läuft und die Aufwärtsbewegung mehr oder weniger dann doch nur dreiwellig war. Also das wäre für mich jetzt kein sinnvoller Trigger hier, weil das einfach zu weit weg ist von den Hochpunkten. Das mag ich nicht so gerne, insbesondere wenn das nicht so sehr symmetrisch ist. Aber es ist halt nun mal wieder dreiwellig. Es ist nun mal wieder ein Korrektivmuster. Und das bestätigt eben vorläufig die Abwärtsrichtung. Da müssen wir jetzt nichts anderes großartig erwarten. Wenn wir natürlich auf dem S&P gucken, gehen wir mal ruhig im Fünf-Minuten-Chart oder sowas, ist es allerdings schon erkennbar, dass diese Abwärtsbewegung eher wackeliger Natur ist. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz beim Dow Jones. Da war es ja auch so ein bisschen so. Es ist schon wackelig, aber es ist schon deutlich stärker nach unten. Was ist das mit dem Wackeligen? Was hat er denn damit? Na, das Wackelige ist eigentlich ein Zeichen für ein Korrektivmuster. Und wenn ich jetzt hier die beiden mal vergleiche, der S&P gefällt mir noch besser auf der bullischen Seite. Warum? Weil das einfach so viele Gegenbewegungen. Guck mal, das ist eine Abwärtsbewegung. Und diese Abwärtsbewegung hat viel Kursüberschneidung. Das ist nicht das Zeichen, dass die Marktteilnehmer wirklich Lust haben zu kaufen. Aus dem Sinn, oder aus dem Grund, steht mir eher der Sinn nach der Long-Seite aktuell. Allerdings, und das ist ganz wichtig, nicht hyperventilieren. Ah, klasse, Long, ich habe es immer gewusst. Auch diese Bewegung, die wir hier vorne hatten, hat natürlich eine Chance, sich nochmal fortzusetzen, ist aber ein Dreiweller. Das heißt, im Moment tendiere ich dazu, davon auszugehen, dass egal, was jetzt hier passiert, selbst wenn der Kurs hier nochmal höher geht, dass das Ganze, wenn es vorne dreiwellig ist, eine große Korrektur, hinten dreiwellig, das ist alles Korrektivverhalten. Das heißt, dann wäre aufwärts korrektiv und müsste eigentlich anschließend abwärts nochmal wieder die Fortsetzung kommen. Also so richtig gut sieht es aktuell nicht aus, wenn wir uns das angucken. Der breite Markt allerdings in Amerika noch nicht wirklich verloren, also insofern eher der DAX-Seite in dem Sinne verbunden. Ich kriege es heute nicht mehr hin. Also der DAX-Seite verbunden, nämlich vielleicht doch vorläufig nochmal nach oben, denn das ist ebenfalls ja eben diese starke Korrekturgeschichte, die wir eben beim DAX ja auch angesprochen haben. Ja, und Nasdaq? Tja, Nasdaq geht nach oben, aber schaut es euch selber an. Dann, so die letzte Bewegung, das ist nach oben und Korrektiv. Für all diejenigen, die jetzt schon ein bisschen länger sich mit den Kursbewegungen beschäftigen, man hat hier eine Gegenbewegung gesehen, es gab hier eine Gegenbewegung. Die mittlere war schnell, die erste war relativ schnell und die hintere ist wackelig. Das ist gar nicht so ungewöhnlich ist. Man nennt das normalerweise ein Ending, da ja genau, also sprich, der Markt ist in der letzten Phase dieser Aufwärtsbewegung und danach müsste erstmal eine Korrektur kommen und ich hau mal den Nagel in die Wand, das weiß ich natürlich nicht sicher, aber nachdem das, was von hier begonnen hat, wohl nicht Teil einer Korrektur sein kann, Stichwort Flatbewegung, würde ich vorzüglich davon ausgehen, wenn das wirklich in Bälde eine Korrektivbewegung nach unten gibt, merken wir uns mal so dieses Mittelfeld dieser Bewegung. Für diejenigen, die das nicht so genau im Plan haben, ich merke mir dann immer, das, was wir hier haben auf der Aufwärtsseite, nehmen wir mal an, es bleibt bei dem Hoch, es kann sein, dass er nochmal ein bisschen höher geht, bevor er da runter geht, alles in Ordnung, aber nehmen wir mal an, es bleibt ungefähr bei der Geschichte, dann müsste der Kurs idealerweise, jetzt müssen wir natürlich das nochmal treffen hier, zack, dann müsste der Kurs idealerweise irgendwo hier landen und das möglichst korrektiv und dann hätten wir die besten Chancen, dass ich zumindest das nochmal einmal fortsetze. Ob es dann für mehr reicht oder ob man dann sagt, nee, nee, das ist eine ABC, zack, wir drehen weiter nach unten durch, das ist dann auf ein anderes Blatt Papier geschrieben, aber wir hätten zumindest erstmal diese Voraussetzung. Das heißt, als nächstes erstmal wichtig, wenn es nach unten kommt, idealerweise möglichst korrektiv anmuten. Nochmal ganz kurz, korrektiv ist entweder wackelnd, ich weiß, da tun sich viele schwer, ich kriege immer wieder viele Kommentare hier unten drunter im Sinne von, ja, das ist doch alles Kaffeesatzleserei. Naja, es ist nicht Kaffeesatz, es ist Verhaltensstudie sozusagen, was die Marktteilnehmer machen. Das ist so ungefähr so, als wenn ich in ein Restaurant gehe und gucke, essen die Leute mit Leidenschaft oder schaufeln die das einfach nur mit rein, weil im Knast gibt es halt nur zweimal die Woche was. Also, daran kann man ungefähr erkennen, ob das was Leckeres da ist, ob das was Gutes ist oder nicht. Und das sind alles drei Abwärtsbewegungen beispielsweise. Ich könnte noch eine vierte Variante zeigen, die auch Gegenbewegungen hat, aber wo die Gegenbewegungen weit voneinander entfernt sind. Ja, so, das sind mögliche Abwärtsbewegungen. Und das wäre jetzt an euch zu unterscheiden, wenn ihr eine seht, welche kriegt ihr? Und daran könnt ihr ablesen, was vorrangig als nächstes zu erwarten ist. Bekommt ihr die beiden Kollegen hier auf der rechten Seite? Ist das relativ realistisch? Bekommt ihr irgendwas auf dieser Seite und danach wackelt es ein bisschen nach oben? Dann ist es die Short-Seite. Das ist eigentlich keine so schwere Aufgabe. Natürlich gibt es Fehlermöglichkeiten. Es ist nicht so, dass das immer funktioniert. Kann auch sein, dass einer persönlich im Stress ist, im Restaurant sitzt, schaufelt das einfach nur rein. Es ist super lecker, aber er hat halt gerade andere Probleme. Also daran sehen wir, wir können nicht an einzelnen Aussagen immer sagen, okay, so sieht es aus. Aber ihr könnt vorrangig daran schon erkennen, ob etwas eher gut angesehen ist oder etwas schlecht angesehen ist. Und so ist es bei den Marktsituationen auch. Das ist nichts anderes als die in Tat umgesetzte Preisaktion sozusagen, die die Marktteilnehmer haben. Also ihr seht daran, wie die sich verhalten, in welcher Stimmung sie sind. Und dementsprechend auch, ich weiß, viele Fundamentalisten sagen, ja, aber es sind doch die Nachrichten. Ja, 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 ist ja alles richtig. Die Nachrichten, die geben dann den ausschlaggebenden Punkt an. Aber ich sehe dann, auf welches Stimmungsfeld das fällt. Und dementsprechend fällt die Begeisterung, die Panik, die Sorge, die Gleichgültigkeit der Marktteilnehmer dann auch aus, je nachdem, in welcher Stimmung sie sind. Und das kann ich leider nicht an den Gesichtern, wohl aber an ihrem Verhalten ablesen. Und das ist genau das, was wir hier haben. Zumindest habe ich damit die durchaus sinnvollen Chancen. Ich sehe also eine ganz gute Chance, dass es hier nach oben geht. So, für all diejenigen, die damit was anfangen können, euch alles Gute. Toi, toi, toi an den Märkten. Bald wieder ein Update. Bis dahin euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.